Heute beschäftigen wir uns mit Dokumentation. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Code-Dokumentation in JavaScript. Das ganze Thema ist sehr wichtig, aber nicht wirklich schwer. Das heißt, wir gucken uns das gleich mal ganz in Ruhe an. Prinzipiell muss man sagen, das ist teilweise meine Version der Dokumentation. Wir werden natürlich auch Standards ein bisschen genauer betrachten, aber es ist natürlich keine Allgemeinlösung und es gibt kein richtig oder falsch für Dokumentation. Es geht darum, möglichst alles zu verstehen und möglichst leicht euren Code einem oder jemandem neuen zu erklären, der neu ins Team gekommen ist oder sowas in der Richtung. Prinzipiell, wie gesagt, werden wir uns das gleich ziemlich genau angucken. Wenn ihr selbst Fragen, Probleme oder Anregungen habt, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community-Join mal Hallo sagen, Gleichgesinnten helfen oder einfach eine Runde Loil zocken. Ansonsten legen wir uns direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So los geht es mit unserem heutigen YouTube-Video. Als erstes einige wichtige Regeln, die Kommentaren in JavaScript zu Kunde liegen, beziehungsweise nicht nur JavaScript, sondern allem, also auch CSS, HTML und so weiter. Und die erste, allerwichtigste Regel ist, ihr kommentiert für Menschen. Was heißt, ihr kommentiert nicht für irgendein wissenschaftliches Buch oder irgendwas, sondern ihr kommentiert für Leute wie ihr, also Entwickler, die grundsätzlich schon mal ein bisschen was vom Coding verstehen, sollte man zumindest voraussetzen. Und ich würde es immer so erklären, als wenn neben euch jemand sitzt, den ihr in euren Code einweist. Was heißt wirklich, ihr schreibt am besten so, wie ihr mit euren Kollegen kommuniziert, wie ihr im Team kommuniziert und nicht nach irgendeiner sehr sachlichen Sprache, wie jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung schreiben würdet oder so etwas. Das halte ich für wenig sinnvoll. Und ich schreibe einfach lieber so Kommentare, dass es sachliche Kommentare sind mit den nötigen Fachwörtern, die man braucht, aber nicht hochgestochen, sodass alles, was ich da lese, quasi auch so in einem Schulbuch stehen könnte für irgendwelche Programmiersprachen. Der nächste Punkt ist, nutzt den Platz. Was heißt, in dem Moment, wenn ich Kommentare schreibe, muss ich nicht alles unfassbar gedrungen, in jede Zeile muss irgendwas stehen, alles muss ganz eng zusammenstehen oder so was, sondern nutzt Platz, macht einfach mal ein paar mehr Tabs nach eurer Zeile, wenn ihr dann Single-Line-Comet einfügt oder lasst einfach mal ein bisschen Platz zwischen den Kommentaren und euren Funktionen, sodass alles einfach ein bisschen besser zu verstehen ist und man weiß, welche Kommentare zu welchem Code gehören. Der nächste und letzte Punkt ist, kommentiert während der Entwicklung. Was heißt, kommentiert nicht am Ende. Geht nicht hin am Ende, ja, okay, ich gehe jetzt durch meinen ganzen Code und kommentiere das durch, weil dann schreibt ihr nicht das nieder, was ihr bei der Funktion, bei dem Algorithmus oder was auch immer ihr gemacht habt, was ihr da gedacht habt. Was heißt, schreibt während ihr eine Funktion schreibt, schreibt direkt die Erklärung dazu, sodass es am Ende einfach Sinn macht und ihr direkt alles kommentiert habt. Damit werdet ihr auf jeden Fall besser fahren. Und wie gesagt, das sind meine drei Grundlagen, nach denen ich persönlich Kommentare schreibe, in jeder Art von Programmiersprache. Und ich bin bisher damit ziemlich gut gefahren und kann die nur jedem empfehlen. Ihr müsst natürlich selbst entscheiden, ob das für euch richtige Leitsätze sind. Und wie gesagt, ich bin damit gar nicht schlecht gefahren. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie man jetzt wirklich Kommentare schreibt. So, los geht's mit dem eigentlichen YouTube-Tutorial. Und zwar grundsätzlich haben wir hier, ja, eine einfache Variable, die wir jetzt kommentieren wollen. Und dazu eignet sich die erste Art der JavaScript-Kommentare, und zwar das sogenannte Single-Line-Comment. Das sind einfach zwei Backslash, was heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und zwei Backslash mache, dann kann ich alles, was in dieser Zeile steht, kommentieren. Was heißt, ich kann jetzt hier schreiben, das ist ein Kommentar. Alles, was in einem Kommentar steht, wird nicht ausgeführt und ist quasi für den Browser und für euer Programm nicht existent. Das ist einfach da, aber es wirkt sich nicht auf euren Code aus. Was heißt, diese Single-Line-Comment eigt sich auch super, wenn ihr beispielsweise so eine Zeile habt, die ihr mal kurz für euer Skript nicht nutzen wollt, dann könnt ihr das damit ziemlich einfach auskommentieren. Und ihr könnt es natürlich auch am Ende der Zeile einfügen, was heißt, ich kann jetzt hier am Ende auch zwei Slash machen und kann dann hier schreiben, zum Beispiel Max gleich 200. Und das hier wäre beispielsweise meiner Meinung nach das Beste, was man damit dokumentieren kann. Was heißt, wenn ihr in einer Zeile irgendwelche Variablen habt oder irgendwelche kurzen Beispiele oder so etwas, dann schreibe ich mir das dahin mit diesem sogenannten Single-Line-Comment. Damit kann man eine ganze Menge machen. Ansonsten nutze ich das auch sehr gerne persönlich, einfach indem ich hier ganz viele Raute-Zeichen mache, um mir so einen Trenner in meinen Code reinzubauen. Das ist natürlich absolute Geschmackssache und entspricht keinerlei Guidelines. Nur ein persönliches Feature von mir, was ich gerne nutze, muss aber jeder selbst wissen. Das ist wie gesagt die erste Art, einen JavaScript-Kommentar zu schreiben. Die zweite Art gucken wir uns jetzt an. Und zwar haben wir hier eine ziemlich einfache Funktion. Und vor allem für Funktionen ist das nächste oder die nächste Kommentarart sehr relevant. Und zwar machen wir einen Slash, machen ein Sternchen, noch ein Sternchen. Und hier können wir das eine Sternchen rauslöschen. Und zwar wollen wir genau das hier. Das heißt, wir haben jetzt ein sogenanntes Multi-Line-Comment. Und das bedeutet, dass wir hier drin, hier könnte ein, ups, ein ganzer Text stehen, Punkt. Und ich kann jetzt auch einen Absatz machen und hier weiterschreiben, noch einen Absatz machen und weiterschreiben. Und ihr seht schon, ich kann hier einfach viel mehr hinschreiben. Und so können wir quasi komplexere Texte oder Einleitungen zu Skripten oder zu eurem Framework oder so etwas da hinschreiben, ohne dass ihr jedes Mal einen neuen Kommentar machen müsst. Das Ganze ist schon ziemlich praktisch. Und wenn ihr damit Kommentare schreibt, also einmal mit Single-Line-Comments und mit sogenannten Multi-Line-Comments und dann eure Kommentare auch noch relativ vernünftig sind, dann ist das Ganze schon mal gar nicht schlecht. So, und zwar fangen wir jetzt an, mit JS-Doc zu arbeiten. Wie gesagt, der Link dazu, der Doku ist unter Video beschreiben. Wir gucken uns jetzt nur ein paar Tags an, nicht alles, weil alles würde einfach den Rahmen sprengen und die wiederholen sich und sind dort sehr, sehr gut erklärt. Grundsätzlich könnt ihr auch hier ganz normal zum Beispiel eine Variable haben, die nennen wir Number. Die ist jetzt einfach 12. Und wenn ich jetzt hier hingehe und eine Beschreibung, hier steht eine Beschreibung hinzufügen würde, dann ist jetzt unsere Variable schon gut erklärt. Und wenn ich jetzt hier unten bin und habe Console-Log und rufe hier unsere Variable auf und ich gehe mit der Maus hier rüber, dann sehen wir auch Number ist 12. Das wurde uns zugewiesen, weil das hier oben definiert wurde. Und es ist jetzt relativ eindeutig, aber ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben das nicht definiere, weiß ich, oder es ist irgendein komplexes Objekt oder ähnliches, dann weiß ich vielleicht nicht, was das ist oder was diese Variable macht. Was für Auswirkungen das Ganze mit sich bringt, das ist ein bisschen blöd. Das steht vielleicht alles hier in der Beschreibung, aber die sehe ich ja nicht, wenn ich hier nicht in Zeile 13 bin, sondern vielleicht in Zeile 620 oder so etwas. Und hier kommt JS-Doc zum Tragen. Und zwar machen wir hier ein Slash und dann zwei Sternchen und ihr seht schon, Autocomplete hat seinen Zweck erfüllt und es wurde hier ein Sternchen mit einem Slash hinzugefügt. Und ihr seht auch schon, oder stand er ja gerade mit JS-Doc. Wenn ich jetzt hier meine Beschreibung nehme, die schneide ich jetzt einfach mal raus, füge sie unten ein, lösche dieses hier raus und ich gehe jetzt hier mit der Maus über Number, dann seht ihr, da steht ein Kommentar. Das heißt, ich habe jetzt eine Erklärung, die für Number in meinem gesamten Skript oder sogar über Skripte hinweg, wenn ihr Sachen mit Modules importet oder mit Require oder so etwas, dann seht ihr das in eurem gesamten Skript. Das heißt, ihr habt eine Erklärung, die ihr überall nutzen könnt. Und das ist viel, viel cooler, als einfach nur einen Single-Line-Comment irgendwo reinzuschreiben und hilft vor allem bei sehr komplexen Seiten, wie beispielsweise mit Angular, React und so weiter, wo ihr viel JavaScript-Programmierung habt, euren Code besser zu verstehen und vor allem euch Sachen zu merken. Natürlich ist das nicht das Ende. Was heißt, das können wir einfach mal rauslöschen, wenn wir hier eine Funktion haben. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Function, Count, zack, die hat eine Variable und gibt uns etwas zurück. Und zwar gibt sie uns einfach x wieder zurück. Das ist keine wirklich komplexe Funktion. Und ich könnte jetzt, wie gesagt, einfach wie wir es vorhin erklärt haben, hier wunderbar mit Multiline-Comment meine Funktion erklären. Aber auch hier, wenn ich die Funktion hier unten aufrufe, zum Beispiel mit 3, dann und hier drauf gehe, dann sehen wir einfach, dass erklärt. Hier steht halt Count x any, gibt uns any zurück. Was heißt, wir wissen nicht, was zurückkommt. Wir wissen nur, dass etwas zurückkommt. Aber es ist alles so ein bisschen schwammig. Was heißt, diese Funktion sagt uns nicht so richtig, was los ist. Natürlich, wenn wir das hier oben alles erklären und die Funktion gerade sehen, wissen wir das. Aber wie wir gerade gelernt haben, gibt es hier Mittel und Wege, das Ganze wunderbar so zu erklären. Was heißt, wir können jetzt hier schon mal reinschreiben, Beschreibung einer Funktion. Was heißt, ihr könnt hier zum Beispiel wunderbar einen komplexen Text hinschreiben. Und wenn ich hier reingehe, dann sehe ich hier wunderbar eine Beschreibung, was diese Funktion eigentlich tut. Das ist, wie gesagt, auch schon mal sehr hilfreich und macht alles schon mal viel, viel besser. Aber es geht noch besser. Und zwar können wir jetzt hingehen und sagen, hey, wir haben hier ein Parameter. Das ist in dem Fall x. Und x wollen wir erklären. Wir sagen jetzt also add und dann sagen wir param. Und hier sagen wir geschweifte Klammer auf. Number. Und hier hinter sagen wir x. Und machen noch eine kleine Beschreibung, zum Beispiel eine Nummer, die unsere Funktion erwartet. Natürlich jetzt kein wirklich aussagekräftiger Kommentar. Aber wir haben jetzt hier eine Beschreibung für unsere Variable. Und wenn ich jetzt hier unten über count gehe, dann seht ihr da unten param x, eine Nummer, die unsere Funktion erwartet. Und hier oben seht ihr schon in der Beschreibung der Funktion, Function count x ist ein Number und es wird uns eine Nummer zurückgegeben. Und das ist ziemlich cool. Und wir können das natürlich jetzt noch erweitern, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so etwas haben, wie wir geben keine Nummer zurück, sondern wir geben hier einen String zurück. Ups, das wollte ich nicht. Wir holen hier einen x rein. Und ich bin hier drin. Dann sehen wir jetzt schon, wir geben einen String zurück. Und wir können das jetzt aber auch noch erklären. Das heißt, wir können hier zum Beispiel add und dann sagen wir returns. Zack. Und wir können jetzt hier nämlich ebenfalls sagen, String. Und können jetzt hier, gibt die Nummer als String zurück. So, wenn wir jetzt hier drüber gehen, sehen wir returns, gibt uns die Nummer als String zurück. Oben sehen wir es auch nochmal zusammengefasst, nämlich Function, Count, x, Number und String. Was heißt, wir haben das Ganze schon mal deutlich interessanter erklärt. Und wenn jetzt jemand hier mit der Maus drüber geht, würde ich erwarten, das versteht jeder, was diese Funktion tut und was dahinter steckt und wie das alles aufgebaut ist. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass ihr viel komplexere Funktionen habt. Ich erkläre das jetzt nochmal an diesem Beispiel, aber natürlich kann es sein, dass ihr hier zum Beispiel ganze Objekte habt mit 30 Parametern drin und sowas. Dann wird diese ganze Geschichte natürlich sehr umfangreich. Aber wenn hier drüber geht, ist es natürlich auch sehr hilfreich. Aber hier haben wir noch einen Zweck, falls ihr hier zum Beispiel solche komplexen Beschreibungen erklären wollt. Und zwar mache ich jetzt hier einfach nur ein Add und sage Example. Und Example ist eins der praktischsten Tags ever. Und zwar sage ich jetzt, die nächste Zeile wird zu Code. Was heißt, ich kann jetzt hier einfach reinschreiben, die Funktion gibt uns den String 3. Ups, zurück. So, das ist unser Kommentar, den wollen wir jetzt gleich ausgeben. Und wir können jetzt zum Beispiel einfach sagen, console.log count 3. So, das ist jetzt unser Code-Beispiel, das wir haben. Und wir haben hier einen Kommentar dazu geschrieben, was dieses Beispiel tut. Und wenn ich jetzt hier unten drüber gehe, dann sehen wir hier, Example, die Funktion gibt uns den String 3 zurück. Und unten seht ihr mit dem normalen Highlighting console.log count 3. Was heißt, das ist einfach ein Beispiel für die Funktion. Natürlich jetzt gerade alles sehr leicht, sehr runtergebrochen. Aber wenn ihr beispielsweise einen sehr komplexen Algorithmus oder so etwas gemacht habt, dann ist es relativ sinnvoll, das Ganze mit Beispielen. Nicht nur einem. Ihr könnt das Ganze nämlich auch duplizieren. Wir können das Ganze jetzt auch mal einfach STRG-C, STRG-V. Ups, das muss weg. Machen und sagen hier zum Beispiel 7 und sagen hier auch 7. Und wenn ich jetzt hier unten über Count gehe, dann sehen wir hier die Beispiele. Und ich kann auch in dieser Box scrollen, wie ihr seht. Was heißt, hier drin habe ich jetzt unseren Code erklärt. Und das Ganze ist schon ziemlich eindeutig. Ist natürlich jetzt für so eine simple Funktion ein bisschen over the top. Aber wir können sogar noch weitergehen. Und zwar vor allem, wenn ihr in richtig, in Klammern, in richtig großen Umgebungen seid. Ihr habt wieder eine normale Funktion. Die nennen wir jetzt einfach mal Test. Ups. So, Test. Und die macht nicht viel. Die gibt uns einfach nur den String Test zurück. Sonst macht die nichts. Prinzipiell können wir jetzt hier wieder ganz normal unser JS-Doc-Kommentar nutzen. Zack, können jetzt hier wieder eine Beschreibung hinzufügen. Und das Ganze gerade eben nutzen. Was aber bei richtig, richtig großen Projekten häufig der Fall ist, ist, dass man irgendwie mehr hinterlegen möchte zu Dokumentationen, zu externen Dokumentationen oder zu anderen Modulen. Oder so etwas Ähnlichem, als hier in den Code reinpassen würde. Weil ich meine, man könnte hier theoretisch 50 Zeilen Code reinschreiben. Aber dann würde es wahrscheinlich echt Sinn machen, nicht lieber direkt auf eine ausgewiesene Dokumentation zu verweisen, als das hier im Code zu beschreiben. Das heißt, irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und das Ganze können wir nämlich auch in diesen Kommentaren machen. Was heißt, wir können jetzt hier etwas reinschreiben wie mehr Infos auf. Und dann sagt ihr einfach geschweifte Klammer auf, einmal ein Add-Zeichen, schreibt Link. Und dann könnt ihr nämlich https//dokumentation.de, keine Ahnung, was das für eine Webseite ist, einfach an euren Code schreiben. Und wenn ihr jetzt hier unten bei Function seid und ihr ruft zum Beispiel hier console.logtest auf und geht mit der Maus über Test, dann seht ihr hier schon wunderbar, dass hier eure Beschreibung steht. Und hier auch mehr Infos auf und dann ein Link. Und ich kann auf diesen Link ganz normal draufklicken und würde dann dahin verlinkt werden. Was heißt, das Ganze ist einfach noch viel praktischer, sodass ihr direkt auf Dokumentation verlinken könnt, auf beispielsweise Git-Repositories, auf Beispiele von Git-Repositories oder wenn ihr irgendwo auf Frameworks zurückgreift, die Frameworks, dass man da direkt nachlesen kann und solche Geschichten. Was heißt, dieses Link-Tag ist meiner Meinung nach viel zu selten genutzt und unfassbar praktisch, weil wenn ihr euch in einen Code einlest und da wurden 30 verschiedene Libraries und Frameworks und was nicht alles genutzt, dann machen diese Links das alles einfach so viel leichter zu lesen. Deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die ich nutze. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu der Dokumentation. Da stehen noch viel, viel mehr coole Tags und Beispiele dazu. Das sind wie gesagt nur die wichtigsten und nur die Spitze des Eisbergs. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr mehr sehen wollt, schreibt das in meine Videokommentare und wir sehen uns nächste Woche wieder. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Und sonst, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Social Network könnt ihr mir einfach Hallo sagen. Ansonsten, ja, wenn ihr diese Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch Amazon Affiliate Links oder andere Affiliate Links, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.